Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Noob zum Pro mit Player Announce Battlegrounds. Wir starten direkt eine weitere Folge. Wir sind auch immer im Livestream. Und ich habe hier die Steuerung. Alles klar. Oh, Gottchen. So. Wir spielen weiter. Und hoffentlich ist es mal ohne Unterbrechung, die mich drei Jahre meines Lebens kosten. So. Ich finde auch, dass ein Hund meine Hand und meinen Fuß belegt. Ich bin auch einen Hund. Gemein. Ja, das habe ich für eine YouTube-Folge gesagt. Wir sind beim Live-Let's Play. Ich bin nämlich momentan ganz froh über die Livestreams, dass ich Live-Let's Play machen kann. Sonst würde ich es zeitlich einfach überhaupt nicht schaffen, vorzuproduzieren. Ja, Ellie ist ärgerlich nur dafür. Äh, damit. Ich bin allergisch gegen Katzen. Von dem her ist meine Auswahl beschränkt. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich Hund die lieber mag. Tju. Tino Park. Ach, wie cool. Die Folge... Äh, die Folge. Quatsch. Die Map kenne ich auch noch nicht. Nee. Schlangen muss ich nämlich lebend füttern. Und das kann ich nicht. So. Alter, da ist ja voll viel los hier. Ich spring mal hier ab. Oh, ich bin schon froh, dass ich keine komplette Tier-Haar-Allergie habe, sondern nur Katzen-Haar-Allergie. Weil werde ich Hunde nicht vertragen. Ich glaube, das wäre ganz schlimm. Oh, das wäre ganz schlimm. Aber gegen Hunde bin ich nicht allergisch. Das hat mir erst mein... Äh... Das hat mir erst mein Arzt bestätigt. Bei allem von diesen tollen... ...Allergie-Tests. So, mal schauen, wie werde ich kommen. Ob ich da hinkomme, wo ich hin möchte. Tatsache. Da fliegt jetzt nicht ernsthaft auf einer hin. Zack. Und rein geht's im Missvergnügen. So, was haben wir denn hier? Ein Helm schon mal. Ist doch schon mal nicht schlecht. Und sonst nix. Ja, das ist jetzt weniger gut. Ach doch, hier. Rucksackstufe 2. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Da haben wir schon mal eine Mikro-Uzi. Das ist doch wunderbar. Nein, nicht die Raubkanatte. Zack. Huch. Der lief doch gerade. Boah. Wir haben Besuch. Das ist doch mal. Das ist doch der... Okay. Ach, nee. Okay. Ich bin nicht in der Zone. Das ist ungünstig. Wo muss ich denn hin? Und ganz ohne Schrei. Ja, das seht ihr wahr, ne? Ei, ei, ei. So. Oh, Gott. Oh mein Gott. Oh, ich dachte, sie läuft nochmal nach rechts. Oh, okay. Ich dachte, sie läuft nochmal nach rechts. Deswegen habe ich nach rechts geguckt. Sie wollte nochmal sicher gehen, ob da rechts noch ein... noch ein Eingang ist. Okay. Wir machen gleich die nächste Runde. Fuck. Okay. Blöcke laufen. Ja, ich stand auch echt scheiße, muss ich sagen. Jumpscare. Ja, kann man so... Ja. So kann man es nennen. Ja, leck mich doch am Arsch. Jetzt ist mir noch ein bisschen warm. In meinem Zimmer hat es auch nur gefühlte 350.000 Grad. Ei, ei, ei. Okay, wir sind wieder in der Wüste. Aber ich muss sagen, es macht so Bock gerade. Aber ich muss sagen, nach, ähm... Hiernach spielen wir ein bisschen Golf, oder? Ist, glaube ich, ein bisschen ruhiger. Zack. Ei, 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 ei. Alte Frau muss sich beruhigen. Leider keine Ahnung, von was du sprichst. Kenne ich leider nicht. Ja, ich muss sagen, ich dachte nicht, ich habe mich immer vor PUBG gedrückt, weil ich es so schlecht in dem Spiel finde. Ich finde es aber ganz schlimm, wenn ich schlecht in irgendwas bin und es dann öffentlich zeigen muss bei den fünf Leuten, die meine Videos gucken. Aber es macht unfassbar Spaß. Ohne Quatsch. Es macht so Spaß. Also, ich muss jetzt mindestens zwölf Minuten durchhalten, sonst wird es eine sehr kurze Folge. Ja gut, jetzt gerade gucken wir sechs zu im Livestream. Aber meine Let's Plays sind deutlich weniger gebucht. Da runter muss ich. Das ist eigentlich eine scheiß Location zum Abspringen. Wenn ich das mal so sagen darf. Nicht aufs Dach. Natürlich fällig's aufs Dach. Wow. Ja, genau. Ah! Das war Können. Meine Pfanne! Eine Adrenalinspritze. Eine Adrenalinspritze. Nehmen wir nochmal einen Rucksack. Stufe zwei sogar schon. Ich kann doch schon wieder jemanden laufen. Ne, höre ich nicht. Meine Stimme ist verkackt die ganze Zeit. Wow! Mein Freund, ich hab dich gehört. Das war doch gerade wieder. Okay. 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 Hier ist doch irgendjemand. Ich fang schon wieder an zu flüstern. Ja, hier ist wer. Ich würde jetzt genau hören, wo er läuft, auf rechts oder links von mir. Alles aufhören tue ich nicht. Ganz bestimmt nicht. Solange man mich noch lässt. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, das hier momentan herrscht. Der ist rechts von mir. Wunderbar, jetzt höre ich wieder gar nichts. Aber er ist draußen. Jetzt ist er genau rechts von mir. Warum hat er den jetzt gezündet? Der rennt jetzt weg. Müsste da oben irgendwo hingerannt sein. Wie weit bin ich denn weg von der Web... äh, von der Web, sag ich schon. Nicht so weit. Das war jetzt vielleicht Bullshit. Okay. Kann auch noch nicht dazu nachzuladen. Ich habe halt Bedenken, dass er jetzt da noch draußen sitzt. Aber es hilft halt nichts, weil wir echt in die Zone müssen. Es würde auch hilfreich sein, wenn ich die richtige Richtung laufen würde. Ich will nirgends mal mit aufhören. Einen wunderschönen guten Abend, Philomix. Schön, dass du wieder da bist. Freut mich. Also ohne Quatsch, ihr könnt euch echt gar nicht vorstellen, wie ich mich freue, dass ich so regelmäßig Zuschauer habe. Es waren noch so viele davon. Ich bin so ein Idiot, dass ich hier durchlaufe. Oh ja, oh ja, oh ja. Das geht so schief. Und was tue ich? Ich laufe weiter querfühlt ein. Weil es macht so Spaß. Hinterrücks erschossen zu werden. Und zu erschrecken. Und zu schreien. Und damit das halbe Haus zu wecken. Nur weil wir wieder Arschkarte gezogen haben mit der Zone. Mein Bauch knurrt. Ich bin überhaupt gar nicht aufgeregt oder nervös. Kann ich mal sagen, ich mag die Wüchsenlandschaft überhaupt gar nicht. Also sie ist mega cool. Aber da rumzulaufen taugt mir gar nicht. Dann habe ich noch viel, viel größere Paranoia, als ich eh schon habe. Ja, Freitag ist halt wirklich schwierig, weil halt Freitag wahrscheinlich jeder streamt. Yo! Nicht so gut hier. Lass mich in Ruhe. So, von wo kommst du, du Bitch? What the fuck? Von wo kam der? Es ist nicht der meiste Ort, um sich zu verstecken. Von wo kam der? Ich habe keine Verbände. Das ist schlecht. Seid hier oben hinter dir. Von da hinten. Jetzt kommt der da angefahren. Komm schon, schieß auch auf den. Der hat es noch mehr verdient als ich. Also zu sterben. Ich habe es auch verdient, weil ich bin echt nicht gut. Aber der hat es noch mehr verdient. Also von der Seite schießen sie, oder? Als du gelaufen bist. Von rechts, als du gelaufen bist. Von rechts von hier. Wer ist wie... was? Wer ist wie wo alt? Ich habe gar nicht gesagt, dass du wie alt bist. Ich habe vor zehn Minuten gesagt, dass ich mich ausruhen muss, ich alte Frau. Ich will hier irgendwie nicht sitzen bleiben. Ich bin ja irgendwie so am Arsch. Ach, jetzt halt. Ah, stimmt, ja. Ja, Gronx triebt. Es ist triebt. Ah, ha, ha, ha. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Den, den ich gehört habe. Ich glaube, es haben nämlich zwei auf mich geschossen. Und der eine ist da hinten. Gronx ist auch der alte Mann. Aber ich habe deine Chatnachricht gar nicht gelesen. I'm so sorry. Aber ja, gegen den kommt man schwer an. Oh, der da hinten muss kommen. Der hat Zugzwang. Ich hätte auf die Schrotflinte wechseln sollen. Ich bin so dumm. Ich habe es mir noch gedacht. Ja, du wirst bei mir nicht viel finden, mein Freund. Fuck. Fuck. Das war nicht gut. Das war keine gute Runde. Scheiße. Ah. Vielen Dank fürs Zugucken für die Folge. Auch wenn diese Runde nicht so gut lief. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Auf wiedersehen. Auf Wiedersehen.